Also mein Name ist Danny Marosevic, ich bin 16 Jahre alt und bin Sechster bei SGV Freiberg. Meine bisherigen Vereine waren SKG Botnang und MTV Stuttgart. Meine persönlichen Ziele sind immer 100% zu geben, um mich weiterzuentwickeln. Und meine Ziele mit der Mannschaft sind erstmal die Klasse zu halten und dann so gut wie möglich oben mitzuschwimmen.